Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Wir befinden uns im Raidgarten der Erlösung in der ersten Phase und dort gibt es jetzt die neue Challenge am Leben bleiben und die möchte ich euch zeigen. Vorab noch diese Beutezüge was man sich für die anderen Challenges abholen hat können, die gibt es für diesen Raid nicht mehr. Man bekommt am Ende, wenn man es geschafft hat, einfach eine zweite Lootkiste, so wie in Leviathan damals. Gut, fangen wir an. In dieser Challenge geht es darum, dass ihr den ersten Zyklopen, der sich im vorderen Raum befindet, tötet und dann spawnen ja zwei weitere Zyklopen, aber im vorherigen Raum. Diese zwei Zyklopen dürft ihr nicht töten, die müssen am Leben bleiben. Das heißt auch für den nächsten Raum, wenn ihr dann wieder den einen Zyklopen tötet, dass dann wieder zwei Zyklopen im vorherigen Raum spawnen und die dürft ihr auch nicht töten. Bis zum letzten Raum, außer bei der Schlussphase, wo ihr eben über dieses Feld laufen müsst, wo dann mehrere Zyklopen auf einmal sind, diese dürft ihr schon töten. Wie gesagt, nur diese zwei, was durch diesen einen zerstörten Zyklopen auftauchen, die dürft ihr nicht zerstören. Und dann habt ihr das Ganze auch schon abgeschlossen und das ist das Ganze an dieser Challenge. Solltet ihr noch weitere Fragen wegen anderen Triumphen haben oder so, schaut gerne bei mir in meinen Kanal rein oder in meiner Playlist. Dort habe ich schon einige Triumphe, was mit dem Raid Garden der Erlösung zu tun hat, schon gemacht. Die nächsten werden natürlich folgen, die nächsten Challenges. Die kommen ja jeden Dienstag erst. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch guten Loot, viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns bei den nächsten Videos wieder. Und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.